Wir fügen unseren Lieblingswasserrutschen-Videos ein neues hinzu. Hier sind die verrücktesten Momente, die Menschen auf Wasserrutschen erleben. Sieh dir das Video unbedingt bis zum Ende an, denn jemand rutscht von einer Wasserrutsche in ein Becken voller Haie. Schau dir unser Video weiter an, um das mit Haien gefüllte Becken und viele weitere interessante Wasserrutschen zu sehen. 1. Diese Wasserrutsche ist nicht für jeden geeignet. Nur mutige Menschen können von ihr rutschen. Du wirst besser verstehen, was ich meine, wenn du dir die Bilder ansiehst. Eigentlich sieht diese Muschelwasserrutsche ziemlich aufregend, aber auch beängstigend aus. Du weißt nicht, wie schnell es geht, aber du weißt, dass es sehr schnell ist. Also, hast du den Mut, die Wasserrutsche hinunterzurutschen? 2. Dies ist die längste Wasserrutsche Europas. Wenn du Angst vor Wasserrutschen hast, solltest du auf keinen Fall zu dieser Rutsche gehen. Die Wasserrutsche hat nicht nur kleine Räume, in denen das Wasser überall herumspritzt, sondern auch einen gläseren Bereich darunter, in dem du andere Menschen sehen kannst. Abgesehen davon, dass sie groß ist, ist sie eine der coolsten Wasserrutschen der Welt. Lass uns gleich loslegen, ohne Zeit zu verlieren und die einzigartige Erfahrung machen. Wer möchte schon an der Stelle der Person auf dem Bild sein? 3. Die nächste Wasserrutsche schickt dich in eine große Schüssel, in der du dich um dich selbst drehst. Wie oft du hin und her zurückkehren wirst, ist unbekannt. Je nachdem, wie viel Glück du hast, bist du vielleicht der Erste, der ins Wasser fällt. Das ist es, was die Art von Wasserrutsche so lustig macht, oder nicht? 4. Eine Warteschlange an einer Rutsche, bei der du nichts mehr sagen kannst. Diese Wasserrutsche hat einen Hügel mit Wasserdüsen, die dich beschleunigen. Da es nicht ganz bergab geht, frage ich mich wirklich, ob die Leute gelegentlich auf der Rutsche stecken bleiben und ob das Wasser stark genug ist, sie bergauf zu schieben. Aber es wäre ziemlich gruselig, wenn sie stecken bleiben, oder nicht? 5. Diese Wasserrutsche befindet sich im Atlantis-Wasserpark in Dubai und ist eine der verrücktesten Wasserrutschen der Welt. Auf dieser wunderschönen 27 Meter hohen Rutsche erwartet dich im Inneren des Beckens eine Hai-Überraschung. Diese aufregende Wasserrutsche vervollständigt ihr ungewöhnliches Aussehen mit ihrem Äußeren, das an alte Maya-Tempel erinnert und Haie im Becken. Aber du brauchst keine Angst zu haben, denn du bist durch die Glasröhre im Inneren der Rutsche komplett von den Haien geschützt. Diese außergewöhnliche Wasserrutsche wurde 1998 gebaut und ist seitdem bei Adrenalin-Liebhabern sehr beliebt. Wenn es in unserem Land eine solche Rutsche gäbe, würdest du dann auch auf ihr rutschen wollen? Wir sind am Ende unseres Videos angelangt, indem wir über die verrücktesten Wasserrutschen der Welt sprechen. Welche davon ist dein Favorit? Auf welcher Wasserrutsche traust du dich runterzurutschen? Schreib mir deine Antwort in die Kommentare, gib dem Video ein Like und abonnier unseren Kanal. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde! Bis zum nächsten Mal.